Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil Thero. Und wir betreten jetzt diese Frage und gucken uns mal draußen um. Ich habe mich derweil ausgerüstet, da ich weiß, was auf mich wartet. Also, das ist meine Ausrüstung. Ihr wisst ja immer, wenn ich mich schwer bewaffnen hatte, ist das ein guter Grund. Tja, hätte ich ein neues Resonable Spiel eigentlich nicht, aber das ist ja kein neues Resonable für mich. Oh, die Tür hat sich geöffnet. Okay, dann werden wir mal losgehen. Hier flattert irgendwas rum, habe ich das Gefühl. Aber gehen wir mal rein. Und ich weiß nicht, sollte ich das Ding benutzen? Für die Gegner? Wir sind jetzt in einem heiligen Ort, in einer Kirche. Scheint eine katholische Kirche zu sein. Sieht mir nämlich sehr katholisch aus. Und hier scheint es irgendwie ruhig zu sein. Egal. Gehen wir erstmal da rein. Mach mal die Tür auf. Gucken, was es da so gibt. Und hier gibt es natürlich mehr Munition und ein, äh, Dokument? Nee, war kein Dokument. Wenn Sie ein Farbband... Nee. Nee, komm. Wenn Sie ein Farbband hätten und hier liest keins, oder was? Ja, doch. Oh, ich wollte schon sagen. Dann lege ich mir kurz das erste Hilfelspray weg. Um, ja, es wieder aufzuheben, lege ich es woanders hin. Basta. So, lege ich es hier hin. Und jetzt nehme ich das Farbband an mich. Ja, den Preis will ich nicht annehmen, aber das Farbband. Yeah. Und dann... Und dann schreibe ich das mal. Und dann wollen wir mal da rausgehen, ne? Mit Erste Hilfelspray natürlich. Ich bin ja nicht blöd, ne? Wie gesagt, was Sandos. So. Und dann mal schauen, was uns da erwartet. Oh. Oh, hi. Ich wollte dich nicht stören. Übrigens, das ist ein heiliger Ort, schon gewusst. Da haben Vampire wie du nicht zu suchen. Was? Na, Mist. Wisst ihr was? Ich schieße nur mit der Pistole Resistance. Alter. Alter. Nein. Nein. Lass mich. Du kleiner Ohrensohn. Wisst ihr was? Ich hätte die Schrotflinte mitnehmen sollen. Ganz ehrlich. Ich treffe den Arsch nicht. Jetzt bin ich bestimmt Gefahr. Oh ja. Schnell verwenden. Guck. Ich verstehe. Was ist das? Was machst'n du da? Was machst'n du da? Einfach nur geil. Der Typ war lebensmüde. Also echt. Das war jetzt... Ich hätte eine Sproulflinte mitnehmen sollen. Aber wir haben ja genug Munition, also so ist es nicht. So. Hier kommen sie wahrscheinlich nur mit dem Hilfsmittel. Yep. Das Hilfsmittel hol' ich mir jetzt. Und dann geht's nämlich auch gleich weiter. Und nicht nur mit dem Hilfsmittel. Ich habe da nämlich noch zwei Gegenstände gesehen. Ich lege erstmal zwei Sachen ab. Oder drei oder vier. Brauch' ich erstmal nicht. Jetzt würdet euch wahrscheinlich denken, bin ich denn wahnsinnig? Ja, bin ich. Aber wirklich brauche ich erstmal nicht, weil... Ihr könnt mir vertrauen. Denn wenn ich sie wieder aufhebe, dann brauche ich sie erst. Um wahrscheinlich weiterzugehen. Aber... Im Moment kommt nämlich nichts. Kein Gegner. Und das freut mich eigentlich. Erstmal schöner Endboss hier. Schöner Endfight. Der... Lustigerweise... sich von selbst erledigt hat. Also ich hätte die Schrotflinte anstatt... Ja, ich hätte mir die Schrotflinte benutzen sollen. Die habe ich ja weggelegt. Ich Idiot. Und das Vieh... Das wollte mich anscheinend packen. Hat mich aber nicht gekriegt, weil die Babys da rumgeflogen sind. Und da habe ich einfach drauf geballert. Bis er tot umgefallen. Den habe ich übrigens auch öfter mit einer Pistole erledigen müssen, weil ich keine Munition mehr hatte. Für andere Sachen. Passierte mir übrigens auf hohen Schwierigkeitsgrad. Also es gibt ja noch einen höheren Schwierigkeitsgrad. Öfters. Ja, und... Jetzt brauche ich das Teil noch hier. Yeah. Ja, Billy kann es immer noch benutzen. Er wiegt wahrscheinlich nicht so viel, dass es reißen könnte. Das heißt, man kann sich auch entscheiden gleich. Es gibt nämlich gleich noch einen, ob man hoch oder unten rein will. Also einmal brauchen wir das Ding noch. Aber erstmal müssen wir diesen Trennschalter hier blablabla für aufzunehmen. Was weiß ich. Auf jeden Fall damit wir ins nächste Gebiet kommen. Ähm... Ah, dieser Punt wird ein bisschen kurz. Ich werde wahrscheinlich noch in das Gebiet reingehen. Ich sage aber schon vorher... Deswegen konnten wir da nicht schon vorher hin. Ich sage aber schon vorher, dass, ähm... Ich wahrscheinlich einmal noch die Gegenstände hinter dem Tisch schleudern muss. Obwohl... Die hat ja jetzt Platz. Wie viel Platz hast du, Becky? Drei. Hier liegen vier... Sachen. Pistole. Die Munition der Pistole. Oder liegt hier noch... Ne, hier liegt nichts mehr. Oder doch? Doch, hier liegt was. Erste Hilfe Spray. Nicht hier sonst noch was. Schauen wir doch einfach auf die Karte. Wo bin ich hier überhaupt die Karte für? Ne, hier liegt nur noch ein Farbband. Okay. Kannst du kommen, Becky. Wo war denn nochmal dieser blöde Fahrstuhl? Ach, der wollte... Er wollte schon zu hier kommen. So. Jetzt steigen wir mal hier rein. Und jetzt muss ich beiden, glaube, Waffen da lassen. Oh, oh, oh. Die hat doch keine Pistole mehr. Ich könnte zurücklaufen und so holen. Das könnte ich wirklich. Mache ich aber nicht. Zu weiter wie ich. Zu viele Gegner. Und ich weiß noch nicht mal, ob es wirklich neue Gegner sind. Gibt doch vor allem. Weil immer wenn man irgendwas macht, gibt es irgendwo neue Gegner. So. Wir gehen nochmal in den sicheren Raum. Ja. Aber man sollte dran denken, nicht jeder Safe-Room ist safe. Man sagt immer Safe-Room, weil er sicher ist, weil da nichts passiert und so. Bla, bla, bla. Stimmt gar nicht. Wisst ihr, wo der Affe rumgelaufen ist? Der erste Affe, dem ich begegnet bin, der lief. Und zwar beim Speicherpunkt rum. Das heißt, ich konnte da schon mal nicht speichern, weil er mich daran hindert. Hier werden wir auf jeden Fall jetzt noch diesen Gegenstand benutzen müssen. Aber... Ich würde... Ich würde erstmal den Gegenstand ablegen. Ich würde auch erstmal sagen... Das war's von hier. Für heute. Ja, jetzt schon. Und ich würde sagen... Im nächsten Part gehen wir diesen... Diese Gegend ein. Also... Bis dann. Bye-bye. Euer Zveneta.